Ein Zuschauer prophezeite Bachelor Sebastian Klaus bereits den größten Shitstorm in der Geschichte, und so ist es nun auch gekommen. Resigniert bis fassungslos, wie die Kuppel-Showfans auf die Wiedersehenswende reagieren. Die Bachelors 2024, das ist ein Finale und Wiedersehen passiert. Bei RTL Plus ist seit Mittwochabend das Bachelors Finale und Wiedersehen abrufbar. Und das mit Entscheidungen, die viele Zuschauer zwar befürchtet hatten, jedoch absolut nicht verstehen können. In Kurzfassung ist das passiert, hier ausführlicher lesen. Sebastian Klaus hat seine letzte Rose Larissa Schulte, 30, gegeben, die diese trotz Zögern auch annimmt. Kurz vor der Rosenvergabe sagt sie noch, sie fühle sich wie auf ihrer Beerdigung. Eva Dümling, 27, trägt den Korb mit Fassung, sagt Sebastian unter Tränen, dass er ihr Herz repariert habe und sie stolz auf ihn sei. Im Wiedersehen verraten Sebastian und Larissa, dass ihre Beziehung im Sande verlaufen sei. Nach drei Wochen haben wir dann gesagt, dass es da draußen wohl jemanden gibt, der besser zu uns passt. Mit Eva sei er weiter in freundschaftlichem Kontakt, die betont, dass es ihr besser als vorher gehe, doch dann die Überraschung, mit der drittplatzierten Kim Komnenik, 30, hat Sebastian wieder Kontakt aufgenommen. Wir haben uns mal getroffen, um zu schauen, was man im realen Leben so miteinander machen kann, so die zweideutige Aussage des Salesmanagers. Auf Nachfrage von Ludovic ergänzt er reserviert, die beiden seien befreundet. Dennis Gries, 30, hat seine letzte Rose Katja Jerez-Kuchin, 28, gegeben, mit der er nach wie vor happy ist. Die beiden sind überglücklich und strahlen beim Wiedersehen übers ganze Gesicht. Die zweitplatzierte Rebecca Hertlein, 27, die Dennis noch kurz vor dem Finale gesteht, Gefühle vor ihm zu haben, fühlt sich von Dennis' Aussagen ihr gegenüber hinters Licht geführt, ich hätte ihm am liebsten eine gescheuert. Auch beim Wiedersehen hat sie den Schrecken der Ablehnung noch nicht verdaut und kämpft augenscheinlich mit den Tränen und der Fassung. Verlierer des Abends, Sebastian. Besonders Sebastian bekommt nun sein Fett via Social Media weg. Die Zuschauer sind nicht nur maximal enttäuscht, sie wollen den Hanseaten am liebsten schütteln. Stattdessen beglückwünschen sie Dennis für dessen Wandlung in Staffel 14. Sebastian, Sätzen, 6. Es ist so traurig, warum? Weinendes Gesicht, Weinendes Gesicht, Weinendes Gesicht, Weinendes Gesicht, Weinendes Gesicht, ich will den Jungen schütteln. So eine tolle Frau wie Eva wird er nie wieder bekommen. Gedankenvolles Gesicht, Gedankenvolles Gesicht, Gedankenvolles Gesicht, Gedankenvolles Gesicht, Gedankenvolles Gesicht, Gedankenvolles Gesicht, Grimassen schneidendes Gesicht, Verlierer des Abends, Sebastian. Uff Sebastian. Nicht nur die falsche Entscheidung im Finale, sogar noch die genauso schlimme nächste Entscheidung im Nachgang. Mami Erschuss, gefühlskalte Vermeiderinnen, die ihn rosten und dazu noch andere mobben. Ich bin maximal enttäuscht. War doch klar, genau das ist eingetreten. Er entscheidet sich für Larissa und am Ende sägt sie Sebastian ab, klatschende Hände, so vorhersehbar gewesen. Wie Leonie sagte, sie wollte einfach die Letzte sein, lächelndes Gesicht. Hilfe, Sebastian. Warum ausgerechnet nach einer Larissa-Chem-Daten? So wird das nie was? Warum nur dieser Hang zu gefühlskalten, bosshaften Frauen? Zuschauer feiern nun Dennis Gries. Hut ab Punkt können wir auch mal da drüber reden, wie schwer es für Dennis war, Rebecca zu verletzen und dass ihm das wirklich weh tat. Ich war zu Beginn kein Fan von ihm, aber Dennis, du hast dich so krass gewandelt in der Staffel. Hut ab Punkt grüßt der Plotwist. Sebastian hat die unreifere Entscheidung von beiden getroffen. Hätte zu Beginn nicht gedacht, dass ich Dennis mal so viel sympathischer finde als Sebastian. Aber er hat aufrichtige Gefühle entwickelt und ist seinen Weg gegangen. Sebastian hingegen muss erstmal mit sich ins Reine kommen und reflektieren. Dann kann er aufrichtige Gefühle entwickeln und sehen, was gut für ihn ist. Und Eva ist einfach nur Gold, Spielkarte Herz. Dann kann er aufrichtige Gefühle entwickeln.